Digitalisierung verändert sowohl unser Leben als auch unsere tägliche Arbeit. Um in diesem schnelllebigen Zeitalter webbewerbfähig zu bleiben, ist es umso wichtiger, Ressourcen effizient einzusetzen. Mit unserem skalierbaren Energie- und Performance-Management-Portfolio zeigt Siemens, wie Sie die energieeffizient erholen und gleichzeitig die Performance der Produktion steigen können. Der Schlüssel hierfür ist Transparenz. Um Transparenz in die Produktion zu bringen, steht unser WinCC SCADA-System mit den umfangreichen Optionen wie WebUX oder Performance Monitor bereit. Die verdichteten Daten können in die Mainz für übertragen werden, wo diese mit vorhandenen Apps wie SIMATIC Performance Insight jederzeit und überall analysiert werden können. Im Bereich Energiemanagement reicht unser Angebot von der Datenerfassung bis zur Datenanalyse. Mit der SIMATIC Energy Suite lassen sich die Energiedaten der messenden Komponenten einfach im Diaportal konfigurieren. Das Energieprogramm wird hierbei automatisch generiert. Der SIMATIC Energieeffizienz Monitor bietet eine statusbezogene Energiedatenaufbereitung entsprechend der Messvorschrift nach VDMA 34179. Der SIMATIC Energy Manager vereint die Daten aus der Infrastruktur mit den Detaildaten aus den Maschinen. Mit geeigneten Kennzahlen und den integrierten Analysefunktionen werden aus Daten Informationen, womit Handlungsempfehlungen abgeleitet werden können. Schon mit dem Energy Manager Basic erhalten Sie einen einfachen, webbasierten Einstieg. Mit nur wenigen Klicks kann die Datenerfassung konfiguriert, Kennzahlen definiert und diese in Berichten oder Dashboards analysiert werden. Kurz zusammengefasst, mit dem skalierbaren und durchgängigen Portfolio von Siemens können Sie Ihre heutigen aber auch die wachsenden Anforderungen der Zukunft abdecken. Mit der gewonnen Transparenz sind Sie in der Lage die Effizienz zu steigen und machen einen wesentlichen Schritt in Richtung Digitalisierung. Optimieren Sie Ihre Produktivität mit Energie- und Performancemanagement von Siemens. Siemens, ingenuity for life. Siemens, ingenuity for life. Untertitelung des ZDF, 2020